. . . . . . . . Und der Schlitzschuh kommt die Scheibe zur Reihe. Und dann ist es Pedretti mit dem 1 zu 0. Doch noch für Biel. Nicht mit einem Mann mehr, sondern bei numerischer Gleichheit. Und auch Chantre erhält einen Assistpunkt. Jetzt kommt Di Domenico auf der Gegenseite. Postwendend mit dem Ausgleich. 48 Sekunden vor der Pause. Was für ein Finish hier im ersten Drittel. Chris Di Domenico geht vergessen. In dieser ersten Minute im letzten Abschnitt. Fuchs. Nächste Möglichkeit. Fehler. Ablenker! Damien Brunner bezwingt Ciaccio zum 2 zu 1 für Biel. Was für ein Start von beiden Mannschaften. Mit dem glücklicheren Ende führt Di Bieler mit dem 2 zu 1 durch. Damien Brunner in der 42. Minute. Sonnen руки... Und denn das hat sich dannEN Stocht. Personnen. Personnen. Chantre, der Käpt'n, bringt Spiel im vierten Versuch mit 1 zu 0 in Führung. Abklatsch mit seiner Mannschaft.